Wie geht man vor ihr? Seht ihr es? Ja und genau. Das ist übrigens meine neue Schutzbedeckung für die Arbeit. Falls wer fragt. So. Das ist übrigens ein Nachbar. Nein, Eibout. Nein, ich bin schwul, bin ich Türk. Riesigen Türen! Was kostet ihr Eibout? 150 Euro. 100 Euro. Wir haben 100 Euro. Das hat mich in der Kamera gesehen. Genau, das hat man gesehen. Boah, Mann! Was ist das? 14 Euro. Jetzt kann man auch in den Kumpel. Fahre wir mal auf. Ich weiß nicht, jetzt fahre wir mal in den Kumpel. Du, mein Gott. Ich hab mir etwas überlebt. Ne, David. Was hast du denn noch? Was? Ich hab mir jetzt zwei Bier gekauft. Das ist ja nicht einmal gesund gemacht. Wow, ich habe eine Vorwege gemacht. Ich hätte heute mit der Renner. Ich schon. Hier nicht. Mach's diesen nur mit einem ganzen Fall. Die Haare bringen einem einen Falconion. Gert man... ...eine... ...nein... ...und... 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 ...�에... ...und... 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 Hey, Alter, direkt vorbei, das war's, du hörst du nicht. Ah, Andreas. Jo, Bart. Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Interessante Treffer.